Berlin begrüße ich sehr herzlich Christina Dunst von der Rheinischen Post, stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros dort. Einen schönen guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Frau Dunst, ich musste eben herzlich lachen, als Martin Schulz richtig vom Leder zog. Die unpopulärste Politikerin der Bundesregierung wird in einem völlig verkorksten Verfahren jetzt mutmaßlich die EU-Kommissionschefin. Wie sieht das das politische Berlin denn insgesamt? Ja, das ist natürlich insgesamt eine sehr vertragte und schwierige Lage. Ganz von außen betrachtet könnte man sagen, es ist jetzt nicht das Schlechteste, dass die Bundeskanzlerin für die Spitze der EU-Kommission eine deutsche Rolle, eine deutsche Verantwortung, einen großen Gewinn ja eigentlich erzielen konnte, dass es doch am Ende auf eine deutsche Personalie hinausgelaufen ist, wenn man schon Manfred Weber nicht durchsetzen konnte. Hier ist es natürlich sehr schwierig, weil das ist gerade beschrieben worden, dass Modell der Spitzenkandidaten bei dieser Wahl damit ad absurdum geführt wurde und nun eine Kandidatin zur Wahl steht, die in diesem Europa-Wahlkampf ja auch europaweit gar keine Rolle gespielt hat. Das sorgt für sehr großen Unmut und in einem hat Herr Schulz recht. Es ist jetzt nicht die Ministerin im Kabinett, die über die Grenzen hinaus und auch im Inland die größte Popularität hätte oder die größten Erfolge erzielt hätte. Ganz im Gegenteil, sie hat eine Berateraffäre zu verkraften, da kommt ein Untersuchungsausschuss. Insofern ist das nicht die beste Ausgangslage. Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Wie wird sie es machen in Europa? Ich glaube, wir müssen erstmal ein Fragezeichen dahinter stellen, ob sie gewählt wird. Sie hat gesagt, dass sie in den nächsten Tagen, also sie hat jetzt ja noch bis zum 15. Juli nur Zeit, eine Vision für Europa entwickeln wird. Das, wenn man mir überlegt, dass das in fünf Jahren nicht so richtig gelungen ist, das jetzt in zehn Tagen zu machen, ist nicht das leichteste. Insofern nochmal ein Fragezeichen, ob sie gewählt wird. Ansonsten ist Frau von der Leyen eine in allen ihren Ämtern durchsetzungsstarke Frau gewesen. Sie hat als Familienministerin, als Arbeitsministerin und auch als Verteidigungsministerin ja immer auch eine Menge erreicht. Sie ist sehr durchsetzungsstark und Europa sollte sich vor allem Ungarn mit dem sehr kritischen Ministerpräsidenten Orban, sollte sich nicht vertun, nicht wundern. Frau von der Leyen ist eher bei Frau Merkel, als im konservativen Bereich der Europäischen Volkspartei anzusiedeln. Insofern glaube ich, dass sie dieses Amt kann. Da könnte sich gerade Osteuropa noch wundern. Wobei man auch an dieser Stelle noch sagen muss, Osteuropa ist in der Besetzung der fünf Top-Posten nicht zum Zuge gekommen. Auch das, glaube ich, ist ein großes Manko, was die Zukunft dieser Europäischen Kommission erstmal ausmacht. Das Verfahren selbst wollte ich nochmal ansprechen. Gestern war ja großer Unmut und sagte, ja, erst gehen wir wählen. Dann wird aber von oben von den Regierungen quasi gesagt, wer es werden wird. Ja, das ist doch Betrug am Wähler. Ist das jetzt ein falsches Verfahren oder ist das einfach eher ein Kommunikationsproblem und eigentlich ein geordnetes Verfahren? Das Verfahren war gut. Zwei Spitzenkandidaten zu haben, zwischen denen man sich entscheiden kann. Sehr schlecht ist dann, wenn man sich genau daran nicht hält. Man muss sich aber klarmachen, diese Kritik kam vor allem vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der den Wahlsieger, nämlich den Herrn Weber, ablehnte. Damit fing das Ganze an. Dann hatte Frau Merkel gesagt, okay, dann nehmen wir den Wahlverlierer von den Sozialdemokraten, den Herrn Timmermans. Das wiederum wollte sich die EVP nicht bieten lassen. Und dann gibt es jemanden, der bis dahin nicht bekannt war. Das ist nicht gut. Das ist auch ein falsches Demokratieverständnis. Das können die Wähler auch nicht gutheißen. Sie müssen sich absolut darauf verlassen können, dass diejenigen, die diesen Wahlkampf bestreiten, dass einer von ihnen zum Zug kommt. Und das ist eine der ganz großen Aufgaben für die nächste Europawahl, dass das völlig klar ist, wie das Verfahren, wie das Wahlrecht ist, dass die Kandidaten, die zur Wahl stehen, auch gewählt werden und nicht hinterher über Nacht quasi jemand aus dem Hut gezaubert wird, von dem sie vorher noch nichts ahnden. Rein rechtlich ist aber alles okay gelaufen? Ja, das ist Auslegungssache. Herr Gabriel sagt ja, dass das aus deutscher Sicht gar nicht geht, weil es einen Kabinettsbeschluss dazu geben muss. Das hat die Regierung zurückgewiesen beziehungsweise der Regierung Sprecher, dass man den Kommissionspräsidenten ohne Kabinettsbeschluss nominieren und vorschlagen kann. Das andere ist Ansichtssache. Das Parlament könnte jetzt natürlich rebellieren. Am 15. Juli könnte es einfach Frau von der Leine nicht wählen. Dann ist das Ganze zurückgegeben, erst mal an den Europäischen Rat sich noch mal Gedanken zu machen, wenn es dazu kommt. Das wäre allerdings echt dann das perfekte Chaos. Chaos droht es auch in Deutschland. Ich meine, es gibt eine CDU, CSU, SPD Regierung und die ist nicht so stabil, wenn man es von außen schaut, von innen wahrscheinlich auch nicht. Könnte die daran zerplatzen? Es könnte ein Grund sein, den die SPD so stark im Vordergrund spielen wird, dass das eine auf jeden Fall eine Sollbruchstelle ist. Dahinter würde aber stehen, dass die SPD ohnehin aus dieser Regierung will. Sie möchte es möglichst ohne Neuwahlen, sie möchte in die Opposition, ohne dass ein neues Parlament gewählt wird, weil sie dabei vermutlich sehr, sehr schlecht abschneiden würden. Das wiederum birgt einfach dann zu viel Unsicherheiten, dass eine neue Koalition entstehen würde ohne Neuwahlen. Das würden die Grünen sehr wahrscheinlich nicht mitmachen. Insofern würde es eine sehr große Unruhe auslösen, wenn die SPD sich dieses zum Vorwand nimmt, aus der Regierung auszutreten. Und eins muss man einfach mal konstatieren. Wir haben seit der Bundestagswahl 2017 im Grunde genommen nur Personaldebatten. Und jetzt wäre es irgendwann mal an der Zeit, dass diese Regierung in ein ruhiges Fahrwasser kommt. Sie hat einiges auf den Weg gebracht. Sie hätte normalerweise zwei Jahre Zeit, jetzt komplett den Koalitionsvertrag abzuarbeiten, Probleme zu lösen. Eine große Koalition ist dazu vor allem in der Lage, weil sie immer noch eine doch breite Mehrheit hat, jedenfalls im Parlament oder eine ausreichende Mehrheit. Stattdessen wird jetzt wieder über Personalien gesprochen. Und ich glaube, das ist einfach so ermüdend. Und die Menschen wollen einfach Inhalte haben und nicht jetzt schon wieder hören, wer, wie, was mit wem machen könnte und warum nicht. Und Geschacher, das muss sehr schnell dann geklärt werden, um Ruhe zu bekommen. Ansonsten, glaube ich, ist diese Regierung wirklich, kommt sie wirklich ins Wanken. Meinungen von Christina Dunz von der Rheinischen Post, die stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros. Herzlichen Dank. Einen schönen Tag in Berlin. Gleichfalls. Danke. Danke.